Ja und hier sieht man jetzt nochmal ein genaueres Bild. Das hier ist auch der Pavillon, wo die mich mal eingesperrt haben. Da haben sie hier vorne, ist der Eingang, da haben sie eine Metallstange so auf Augenhöhe gespannt und einer hat sich da vorgestellt, sodass ich nicht drunter hergehen konnte und der Moab, der ist dann drumherum gelaufen, immer so ganz schnell, sodass ich auch nicht, also die hatten hier vorne eine Metallstange gespannt. Einer hat sich da vorgestellt, dass ich nicht drunter her konnte und der Moab ist draußen rumgelaufen, dass ich hier nicht drüber klettern konnte. Das hier ist der Julian. Das könnte auch Felix sein hier, kann ich jetzt so nicht erkennen. Das ist Kilian, da ist die Schwester von Felix, da ist Natascha, da ist Andreas. Auf jeden Fall, das ist die Bande. Den kenne ich nicht. Hm. Auf jeden Fall, das ist die Bande. Hier haben sie das Feuer gelegt, wo sie das dann auf mich geschoben haben. Da ist jetzt aber Moab ist nicht dabei, sehe ich gerade. Wäre ja schön gewesen, wenn er auch mal dabei wäre, bei dem Bild hier. Aber Moab ist hier nicht drauf, auf dem Bild. Aber der hat mich auch mitgeärgert.